Mit diesem Trick kannst du deine Google Ads Kampagnen noch profitabler machen, weil du die Zielgruppen noch weiter einschränkst auf die, die bei dir wirklich auch zu Umsatz führen. Und was das Ganze mit dem Google mein Anzeigencenter zu tun hat, das verrate ich dir in dieser Folge. Ja und damit herzlich willkommen bei dieser neuen Folge und ich möchte dir in dieser einmal das Thema der Google Interessenskategorien näher bringen, worauf die basieren, also wie sie ermittelt werden, wie du das auch für dich einmal prüfen kannst und wie du sie dann in Google Ads als Werbetreibender verwenden kannst, um damit sehr zielgerichtet deine Kampagnen zu optimieren. Also springen wir einmal an den Anfang, damit du weißt, wovon ich hier eigentlich spreche. Und zwar kannst du in jeder Kampagne, egal ob Suchkampagne oder Displaykampagne oder YouTube, kannst du auf die sogenannten Interessensgebiete von Google zurückgreifen. Das sind die Zielgruppensegmente. Wenn du also in deinem Google Ads Konto in der Kampagne bist und gehst hier links auf den Reiter Zielgruppen, Keywords und Inhalte, dann auf Zielgruppen, kommst du auf diese Seite, wo du oben Zielgruppensegmente siehst, dann demografische Merkmale und unten noch ein Block Ausschlüsse. Ich möchte dir jetzt vor allem das Thema Zielgruppensegmente nochmal näher bringen, weil ich diese Woche erst wieder gemerkt habe, dass viele Kunden das noch nicht kennen und auch noch gar nicht die Funktionsweise dahinter verstehen und wie mächtig das auch sein kann. Also, es gibt von Google vordefinierte Interessenszielgruppen. Die sind gemeinsame Interessen, das sind kaufbereite Zielgruppen, das sind deine eigenen Listen wie deine Website-Besucher, also Remarketing und so weiter. Und ich möchte jetzt vor allem dieses Thema der kaufbereiten Segmente, also kaufbereite Zielgruppen und der gemeinsamen Interessen anschauen. Das sind so circa 730 Stück, die von Google dort verwendet werden. Wenn ich jetzt hier auf den Bereich Bearbeiten gehe, dann komme ich in eine Auswahl, wo ich sagen kann, welche dieser Zielgruppen möchte ich denn hinzufügen. Und in diesem Fall ist hier oben die Einstellung zur Beobachtung. Das ist auch der Standardfall. Das ist also auch das, was ich dir empfehle, gerne sofort zu machen. Füge einfach die Zielgruppen in deiner Kampagne zur Beobachtung hinzu. Denn damit kannst du wirklich diese Teilmenge von Nutzern, die nach beispielsweise deinen Keywords gesucht haben, deine Anzeigen sehen und in einer bestimmten Zielgruppe beispielsweise Unternehmenssoftware einsortiert sind, kannst du ganz dediziert auswerten. Also Impressionen, Klicks, Kosten, Conversion, Conversion Rate, ROAS und so weiter. Eben nur für diese eine Teilmenge, nur für diese Zielgruppe. Und neben dem, was Google dir hier automatisiert vorschlägt, da greift er quasi im Hintergrund auf deine Webseite zurück und schlägt meistens schon ziemlich gut passende Zielgruppen auch mit vor, kannst du natürlich dann auch hier auf Suchen gehen und kannst dann dich da nochmal durchklicken. Du siehst dann hier zum Beispiel Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen, kaufbereite Zielgruppen und so weiter. Ja, also auch da, klick dich durch, achte darauf, dass du die auch, wenn es ein Pfeil gibt, die entsprechend erweiterst. Das sind dann eben Unterkategorien. Und im Idealfall fügst du, wie gesagt, alle hinzu. So, das machen wir jetzt einmal. Wir speichern. Wir haben jetzt nicht alle hinzugefügt. Das würde jetzt zu lange dauern für diese Folge. Aber du siehst jetzt hier, es gibt hier eben einige Zielgruppen, die ich hier habe und ich sehe dann eben auch diese Performance dieser einzelnen Zielgruppen. Jetzt sehe ich hier oben bzw. unten die Durchschnittswerte meiner Kampagne. Also beispielsweise 39,44% Klickrate habe ich im Durchschnitt. In den Segmenten, die ich ausgewählt habe, habe ich eine Klickrate von 47%, also deutlich höher. Und dann kann ich das runterbrechen auf die einzelnen Segmente und sehe, okay, Medien und Unterhaltung als Interessenszielgruppe hat eine Klickrate von 54,76%. Unternehmens- und Industrieprodukte sogar 75%. Ja, für alle, die das jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, also bei YouTube, ja, ihr könnt es hier direkt sehen. Für alle, die es im Podcast hören, sage ich einmal den Hinweis, natürlich müssen diese Zahlen an Impressionen und Klicks belastbar sein. Die müssen aussagekräftig sein. Ich habe jetzt hier Zielgruppen, da gab es bisher zwei Impressionen, zwei Klicks. Ja, ist eine super Klickrate von 100%, aber das ist in der Summe natürlich nicht so aussagekräftig. Da kann ich noch nicht generell sagen, die läuft jetzt richtig gut. Aber die erste Medienunterhaltung hatte eben schon 23 Klicks und 42 Impressionen. Da kann man dann schon sagen, okay, also zumindest die Klickrate scheint in dieser Zielgruppe überdurchschnittlich zu sein. Also da scheint sozusagen eine durchaus relevante Zielgruppe für mein Angebot zu sein. Und das kannst du natürlich immer weitertragen. Du kannst einfach heute beginnen, diese Daten zusätzlich mit zu beobachten und kannst dann in ein paar Monaten, vielleicht auch in einem Jahr, je nachdem wie viele Klicks und Impressionen du bekommst, kannst du halt auswerten und kannst gucken, gibt es bestimmte Zielgruppen, die funktionieren überdurchschnittlich und gibt es Zielgruppen, die funktionieren unterdurchschnittlich. Und dann kannst du natürlich deine Kampagnen mehr und mehr darauf optimieren. Also du kannst beispielsweise, wenn du siehst, es gibt eine Zielgruppe, die konvertiert einfach nicht gut bei dir. Wir nehmen jetzt mal einfach exemplarisch Werbung und Vermarktung. Und dann kannst du hier unten bei Bereich Ausschlüsse, kannst du eben dann diese Zielgruppe ausschließen. Oder du pausierst sie hier oben und gehst dann in den Zielgruppensegmenten, hatte ich dir gerade eben schon gesagt. Im Standardfall nimmst du Beobachtung. Aber wenn du genug Daten hast, kannst du auch auf Ausrichtung gehen. Und dann richtet Google deine Anzeigen wirklich nur bei Usern aus, also zeigt nur bei Nutzern deine Anzeige an, wenn sie nach diesem Keyword suchen, wenn sie in dieser Zielgruppe sind. Und wenn eben auch sonst alle Merkmale, die du vielleicht noch gewählt hast, beispielsweise Standorte oder auch Geräte, sehen sie nur deine Anzeige. Wenn sie nicht in dieser Zielgruppe sind und selbst wenn sie nach deinen Keywords suchen würden, würden sie deine Anzeige nicht sehen. Ja, also ich hoffe, du verstehst den Hintergrund, dass du eben diese Interessenszielgruppen nochmal als quasi Teil deiner Targetierung verwenden kannst. Und im Laufe der Zeit wirklich aussagekräftige Daten bekommen kannst, womit du dann deine Anzeigen noch weiter auf das einzuschränken, was dann wirklich bei dir auch entsprechend Umsatz bringt. Ja, denn wenn du dann eben die Daten auch für Conversions und für Umsätze etc. hast, dann ist das natürlich mega belastbar. Und damit kannst du auch wirklich mega deine Kampagnenleistung deutlich nach vorne bringen. So, und jetzt mache ich einmal den Schwenk zu der Information, wo kommen denn eigentlich diese Daten her? Also woher weiß denn Google, welche Nutzer beispielsweise in Medien und Unterhaltung einsortiert sind? Und dafür zeige ich dir das Mein-Anzeigen-Center. Das Mein-Anzeigen-Center hast du automatisch in dem Moment, wo du bei Google ein Konto erstellst. Und wenn du dann mit diesem Google-Konto bei Google etwas suchst, wenn du auf Anzeigen klickst, wenn du bei YouTube Kanäle abonnierst, wenn du dir bei YouTube Videos anschaust, wenn du bestimmte Seiten mit dem Chrome-Browser besuchst, dann versucht Google eben diese Information, woran bist du interessiert. Und auch natürlich demografische Angaben, also welche Altersgruppe könntest du sein? Eventuell gibst du das auch bei einem der Google-Produkte dann mal an, beispielsweise wenn du ein Android-Smartphone hast oder ein YouTube-Konto noch erstellst. Und auch welchem Geschlecht du vermutlich angehörst. Und das sind alles dann Dinge, die kannst du als Werbetreibender dann eben verwenden. Das heißt, guck doch einfach mal interessehalber in dieses Mein-Anzeigen-Center und schau mal rein, in welche Themen und Marken sowie Werbethemen bist du denn generell einsortiert. Und bei mir siehst du halt verschiedene Dinge. Webdesign und Entwicklung, Grafik- und Multimedia-Software, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, Gesundheitspflege, Fahrzeugreifen und Ersatzteile. Ja, einige Sachen, die hier drin sind, kommen auch einfach durch unsere Kunden mit rein. Das muss nicht immer dann zwangsläufig nur dein wirkliches Interesse sein. Das können dann eben auch einfach berufliche Dinge sein. Je nachdem, wer dein Google-Konto benutzt. Wenn du natürlich mit einem Google-Konto die gesamte Familie arbeiten lässt, dann wird es für Google verdammt schwer. Sowohl die Kinder als auch die Eltern entsprechend einzuordnen und wirklich trennscharf auch einzuordnen. Aber es ist mega spannend, einfach mal reinzugucken. Den Link packe ich dir natürlich in die Notizen zu dieser Folge. Ja, also da kommen diese Interessensgebiete her und du, wie gesagt, kannst sie als Werbetreibender verwenden. Wenn ich als Nutzer jetzt in diesem Anzeigencenter sage, ich möchte keine personalisierte Werbung haben, dann fällst du natürlich dann raus. Dann bist du nicht oder dann wäre ich nicht in deinen Zielgruppen drin, wenn du sagst, jemand muss wirklich da drin einsortiert sein von Google, damit er auch meine Anzeige sieht. Ja, das waren jetzt knapp zehn Minuten zu diesem Thema. Ich hoffe, dass ich dir da so ein paar mehr Impulse mitgeben konnte, dass du dir das mal genauer anschaust. Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest bei diesen und bei viel mehr Themen, wie du noch mehr aus deinen Google-Kampagnen herausholen kannst, dann gehst du einfach mal auf masterofsearch.de und buchst dir einfach mal ein unverbindliches Erstgespräch. Wir freuen uns drauf und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Eaten wir hören uns. WirBar uns. Wir freuen uns.